Jetzt wird's unfassbar international. Mein deutsch-armenisch-russisches Paar hat Preise gewonnen in China, in Frankreich, in den USA. Sie sind in der Welt zu Hause und sie haben definitiv kein Problem mit Dresscodes. Bitte begrüßt Sass und Viktoria! Vielen Dank! Vielen Dank! Das ist ja wohl schnell, oder? Wo habt ihr die ganzen Kleider? Wo zaubert ihr die Kleider? Ja, ja! Ja! Ja, 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 ja. . 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